Freunde, was gerade mit Binance passiert ist nicht schön und zeigt nochmal wie viel politischen Einfluss die Staaten noch haben. Binance zieht sich nun mit sofortiger Wirkung aus der Niederlande zurück. Nutzer haben bis zum 17.07. Zeit ihre Assets abzuheben, können aber über Binance nichts mehr kaufen. Das ist ein herber Rückschlag und viele verbinden hier natürlich die Aktionen der Amis gegen Binance zur Zeit. Sowohl CC wie als auch Binance wurden verklagt, es ist öfter das Wort Marktmanipulation gefallen und es wurde ausführlich zumindest in den Klagen beschrieben. Ob das nun so stimmt, muss natürlich vor Gericht bewiesen werden. Jedoch wurde CC vor Gericht in die Staaten geladen, um Stellung zu nehmen und sich zu verteidigen. Sollte er nicht auftauchen, können die Staaten ihn und Binance verklagen und noch viel schlimmer, sie hätten extremen internationalen Druck gegen Binance. Aus den Staaten mussten sie sich schon verziehen und obgleich CC noch nicht verurteilt ist, hat das Land Nigeria beispielsweise den USA schon bereits gegen CC und Binance geholfen und nun möchte auch die Niederlande keine VASP mehr für Binance erstellen. Die Folgen sind ein Rückzug aus der Niederlande und folglich auch ein schwächeres Binance mit weniger Liquidität. Bei Binance US wird versucht die Einlagen einzufrieren und die On- und Off-Ram-Partner von Binance US wurden zumindest so stark gemobbt, dass Binance US die US-Dollar-Ein- und Auszahlungen einstellen und vollkommen auf Kryptopare umswitchen musste. Wer sowas hört und es als FAT abstempelt, den kann ich nicht mehr helfen. Wir sollten nie überreagieren, aber auch reelle Gefahren nicht als FAT abstempeln und ernst nehmen. Ich habe FTX als das dargestellt, was es war, bevor es untergegangen ist und ich habe auch Binance als eine tickende Zeitbombe angesprochen, bevor ich irgendeinen Partner auf YouTube hatte. Vor allem ging es Binance da noch sehr gut. Wer denkt, was ich sage sei FAT, der soll doch bitte seine Anlagen auf Binance liegen lassen. Jedem halbwegs klugen Investor jedoch kann ich nur dringend raten, alle Einlagen von jeglichen Börsen zu holen und auf die eigene Wallet zu packen, vor allem von Binance. Wäre ich heute ein Binance-Partner, hätte ich mich bereits als solcher verabschiedet. Keiner schuldet hier irgendeiner Börse Verbundenheit. Sie sind für uns nur Mittel zum Zweck, um Kryptos zu kaufen und dann ab auf die eigene Wallet damit. Diese Börsen, vor allem Binance, scheren sich nichts für uns und ich kann vor allem Menschen mit emotionaler Verbundenheit zu Börsen oder Börsentoken am wenigsten verstehen. Was mir bei Binance etwas Sorgen bereitet ist, dass es so eng und stark in den Kryptomarkt aktuell verflochten ist. Sie halten die größten Einlagen, von einigen Coins und Token sogar um die 70-80%. Die Binance Smart Chain ist das zweitgrößte Ökosystem, welches sehr wahrscheinlich beim Binance-Einsturz mit kollabieren könnte und Binance hat unfassbar viel Geld in neue Projekte investiert. Sollten sie diese VC-Gelder liquidieren müssen, wäre es eine Katastrophe für den gesamten Markt. Wir können inständig nur hoffen, dass Binance diesen Börsenmarkt und den Angriff der Amis überlebt oder zumindest langsam den Löffel abgibt, bis die Folgen nicht mehr so verheerend sind. Also es ist vor allem bei Binance oft mehr fad als Realität die letzten Jahre, aber diesmal habe ich ein schlechtes Gefühl, beziehungsweise sind die Ereignisse in einer Kette hintereinandergereiht übel, wie bei einem fallenden Kartenhaus oder bei einer Dominoschlange. Naja, auch wenn Binance keine Genehmigung in der Niederlande bekommt, hat sie meine Partnerbörse Bitwavo schon lange und ist auch dort ansässig. Bitwavo wird von der niederländischen Zentralbank überwacht und steht in enger Zusammenarbeit mit den Regulatoren. Solche Probleme hat man dann nicht. Über meinen Link gibt es 10 Euro Startguthaben, die ersten 1000 Euro gebührenfrei und ihr unterstützt meine Arbeit. Like und Abo nicht vergessen, bis demnächst, euer Big Daddy.